Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie du bestimmt schon im heutigen Titel gesehen hast, soll es heute mal um die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik gehen. Und zwar werden wir uns heute damit genauer beschäftigen, wir werden uns zunächst einmal die Basis davon angucken, also auf was passiert das Ganze genau und danach werden wir uns auch einige Maßnahmen angucken, die dann eben vom Start ausgeführt werden können. Falls dich also für das heutige Video interessiert, bleib doch gern bis zum Ende dran und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein ins heutige Video. Zunächst einmal kommen wir zu den Grundlagen der Theorie. Für die Basis sind die ökonomischen Prinzipien von John M. Cain sehr, sehr wichtig. Diese kann man jetzt hier erstmal so zusammenfassen, dass die gesamte Nachfrage einer Volkswirtschaft gleich die Gesamtleistung ist. Also wenn die Nachfrage einer Volkswirtschaft sehr, sehr hoch ist, ist auch die Gesamtleistung, das bedeutet Produktion plus Beschäftigung beziehungsweise Beschäftigungsgrad, relativ hoch ist. Somit sieht man hier schon, es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, diese Nachfrage hochzuhalten, damit auch die Gesamtleistung einer Wirtschaft hoch ist. Welchen Zweck hat aber nun genau die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik? Hier ist erstmal wichtig zu verstehen, dass die Wirtschaft natürlich auch aus dem Gleichgewicht geraten kann und dann natürlich auch die Wirtschaftsleistung sinkt, beziehungsweise die Konjunktur schwächelt. Wenn das passiert, muss der Staat die Nachfrage stärken, um die Wirtschaftsleistung wieder zu verbessern. Hier ist dann eben auch wieder wichtig zu verstehen, warum ist jetzt die Nachfrage hier so wichtig, denn die gesamte Nachfrage einer Volkswirtschaft ist gleich die Gesamtleistung. Also der Staat muss dafür sorgen, dass die Nachfrage gestärkt wird, dass die Nachfrage steigt und dann steigt auch wiederum die Wirtschaftsleistung in einem Land. Wie wird das Ganze gemacht? Wir wenden das Ganze jetzt mal in der Politik an, einfach mal so ein Szenario, um nochmal die Grundbasis sich anzugucken und danach gucken wir uns einige Maßnahmen dazu an. Das Szenario ist erstmal, wie auch gerade eben schon gesagt, die Wirtschaftsleistung in einem Land sinkt, also die Konjunktur schwächelt. Die Produktion sinkt, Beschäftigungsgrad sinkt, Konjunktur sinkt. Das ist erstmal das Szenario. Dann kommen wir zur nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik. Was muss jetzt also gemacht werden, gerade eben hatten wir es schon, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und natürlich auch, dass die Konjunktur wieder steigt. Der Staat versucht also, die Nachfrage anzuregen, um die Konjunktur zu stärken. Nachfrage steigt, dadurch steigt natürlich dann auch der Beschäftigungsgrad, denn wenn jetzt ein Unternehmen, ihr müsst euch das immer auf der kleinen Ebene vorstellen, wenn ein Unternehmen jetzt mehr Nachfrage hat, also viel mehr Leute ihr Produkt kaufen, haben sie natürlich auch dann ein Problem, die Produktion wieder zu steigern mit dem gleichen Personal, also müssen sie mehr Leute einstellen. Das bedeutet, auf gesamtwirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher Ebene wird eben dann auch der Beschäftigungsgrad höher. Durch diese höhere Beschäftigung kann natürlich auch dann das Unternehmen mehr produzieren und die Gesamtleistung in einer Volkswirtschaft steigt. Dadurch steigt natürlich dann auch die Konjunktur und wir haben diese sinkende Konjunktur aufgehalten. Aber welche Maßnahmen kann man denn jetzt ergreifen, um eben die Nachfrage zu steigern? Das ist ja so wichtig zu verstehen, dass es hier zwei verschiedene Arten vor allen Dingen gibt. Einmal wichtig auf privater Ebene, also hat man hier einmal die Anregung der privaten Nachfrage. Was heißt jetzt hier private Nachfrage? Hier sind vor allen Dingen die privaten Haushalte mit inkludiert, also ganz normale Menschen, sagen wir mal, keine Unternehmen, sondern ganz normale Menschen, ganz normale Bürger in einem Land. Wie kann man die dazu anregen, mehr zu kaufen, also eine höhere Nachfrage zu generieren? Zunächst einmal, hier sind so ein paar Maßnahmen, es gibt natürlich noch deutlich mehr, aber das sind so ein paar, die man sich auf jeden Fall merken kann und anbringen kann in der Klausur beispielsweise. Hier zum Beispiel Senkung der Zinsen. Warum führt das jetzt zu einer höheren Nachfrage? Das ist relativ einfach. Menschen, die eben Geld auf zum Beispiel einem Tagesgeldkonto, also einfach auf einem Konto liegen haben und dort eben Zinsen drauf bekommen, haben dann eben nicht mehr das Gefühl, okay, ich lasse mein Geld da jetzt liegen, das wird mehr, sondern im Endeffekt, es wird nicht mehr wirklich mehr, vielleicht auch je nachdem, werden die Zinsen komplett gestrichen, hat dann eben dieser Mensch nicht mehr das Bedürfnis, okay, das Geld da liegen zu lassen, sondern gibt es eher aus. Genauso hier auch bei geringeren Steuerbelastungen von Privathaushalten. Ist ja relativ einfach, wenn eben die privaten Haushalte weniger belastet werden, also weniger Abgaben an den Staat zu leisten haben, haben sie am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto. Das können sie wiederum ausgeben, also die Kaufkraft der privaten Haushalte steigt. Dadurch wird auch die Nachfrage natürlich steigen. Und hier auch Förderungen von Investitionen sind auch relativ häufig, beispielsweise bei Photovoltaikanlagen oder E-Autos können da eben auch Förderungen dazukommen und dann entscheiden sich mehr Leute dann dafür, auch da Geld auszugeben und dadurch steigt natürlich die Nachfrage dann auch wieder rum. Also all diese Maßnahmen führen dann eben dazu, dass die privaten Haushalte eben mehr konsumieren und dadurch die Nachfrage gesteigert wird. Dann noch der zweite Bereich sind die Stärkung von Staatsinvestitionen. Hier können zum Beispiel Finanzierung von öffentlichen Projekten, ist dann ein ganz, ganz großes Thema, beispielsweise Bauprojekte oder auch in diversen anderen Bereichen können dann eben finanziert werden und durch Finanzierung von öffentlichen Bauprojekten bekommen dann eben Baufirmen auch mehr Nachfrage. Also im Handwerk wird dann auf jeden Fall mehr Geld verdient, beziehungsweise natürlich auch, es gibt eine höhere Nachfrage. Dadurch wird das Angebot auch wiederum gestärkt und man hat eben eine höhere Wirtschaftsleistung. Hier kann man auch nochmal zusammenfassen, Firmen erhalten durch den Staat eine höhere Nachfrage und dadurch steigt natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Leistung. Ein wichtiger Punkt dazu noch am Schluss ist so ein bisschen die Kritik gegen eben diese nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Und zwar, wie man auch schon gesehen hat, alle Maßnahmen haben sehr hohe Ausgaben im Prinzip, die vom Staat geleistet werden müssen. Das bedeutet, man hat eine hohe Staatsverschuldung in der Konjunkturschwäche. Diese muss dann natürlich auch erstmal dann in der Konjunkturstärke sozusagen wieder ausgeglichen werden. Häufig wird hier so eine Metapher verwendet, ich weiß nicht, ob ihr die auch schon im Unterricht gemacht habt, aber hier sehen wir schon ein Feld sozusagen, das im Prinzip dürr ist. Das soll jetzt für die Konjunkturschwäche stehen und man kann sich im Prinzip das Szenario so vorstellen, dass eben auf einem Feld hat es wochenlang nicht geregnet, also es ist wirklich ausgetrocknet und dann wird das Feld mit einigen wenigen Tropfen bewässert. Das Ganze ist vielleicht oberflächlich so ein bisschen, dass es dann besser aussieht, allerdings langfristig löst es das Problem nicht und es kann auch nicht effektiv und zielgerichtet irgendwo angewendet werden, sondern häufig ist es nur Oberflächenbewässerung, könnte man jetzt hier sagen. Also es wird einfach oberflächlich überall verteilt, das Geld, und man hofft, dass das dann irgendwas bringt, aber in vielen Fällen ist es eben nicht effektiv vor allen Dingen, also nicht effektiv eingesetzt, beziehungsweise es kann auch natürlich eine längere Zeit dauern, bis das Ganze ins Rollen kommt und die Konjunktur wirklich angeregt wird. Falls ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen, ansonsten guckt ihr gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, dort findest du weitere Videos zu allen Themen im Bereich Deutsch, Erdkunde, Sozialwissenschaften und Latein. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!